LICHT ON U L? Uuuh E? Ne, ne. Was mach ich dann? LICHT ON Boah, wo ist Licht? T? Ne, T ist Chat natürlich. Boah, Sozialhilfe, davon lebe ich. Äh, V? V ist Kamera. G? Was hab ich noch nicht ausprobiert? H? Äh, ja. RIP an den Scheinwerfer an der Stelle. Fahrer zum nächsten Punkt. Hä? War erstmal auf grün, wir hatten WTF. Was ist hier los? Lala, es ist rot. Ah, das ist noch gelb. Das war noch gelb. Das war noch gelb, Leute. Haben wir alle gesehen? Was soll ich denn hier abbiegen? Das ist grad... Alter. Ich darf hier gar nicht abbiegen. Wie broken ist das dann? Wahrscheinlich nicht bestanden. Was geht denn hier ab? Äh. Was geht denn hier ab? Verschwinden Sie. Ich will hier nur mal ne Fahrprüfung machen. Verschwinden Sie. Na gut, na gut, ich geh ja schon. Lass den, sonst kann ich dich. Ich kenn den, das Kollege. Ich rufe jetzt die Polizei, tschüss. Alter. Braucht dringend ein Handy? Gibt es irgendwelche Telefonzellen, oder? Ich hab damit nichts zu tun. Wo ist das PD? Ah. Wir können eins gegen eins fetzen, aber nicht. Nee, ich kann Bock auf, wenn es gegen eins verpisst dich. Hab gesagt, verpisst dich! Ach. Mich mal zuhören, tut der Dude. Wo ist mein Auto? Wo ist mein Auto? Ganz ehrlich, was... Die haben einfach mal ne Scheibe geschrottet. Warte, für wie viel hab ich die Auto gekauft? Äh, ich glaub 1300 oder... Ne, 900. Boah. Sag mal. Haben Sie einen Führerschein? Ja, dann fahren Sie mal bitte auch so, als ob Sie einen hätten. Jetzt müssen wir noch ein Repair Kit kaufen. Oh shit, 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 shit. Oh, das war doch rot. Huch. Hallo? Wie fahren Sie? Was soll das? Hallo? Frechheit hier. Oh, 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 oh.